GG, das war es wert. Wirklich, GG. Ich wusste es. Hallo. Hi. Hallo. Was geht ab? Wir nehmen gerade auf. Wieder mal Smash-Mobs, Super-Smash-Mobs. Ich weiß nicht, vielleicht wollte Pilze-Freak die Ansage machen. Keine Ahnung. Ja, ich habe doch eine super Ansage gemacht. Das stimmt auch. Naja. Also, ich glaube, wir nehmen gerade alle gleichzeitig auf. Würde ich auch sagen. Das heißt, wenn ihr irgendwie in der Beschreibung nachguckt, dann könnt ihr kurz auf den Kanal gehen, dann seht ihr alle Sichten. Solltet ihr eigentlich. Ja, falls ihr keine Hobbys sonst habt, dann könnt ihr alle drei Versionen sehen. So, jedes Mal was unterschiedliches. Alter, der hat es schon. Hashtag Liebegrüße, Skiyo. Kein Problem. Liebegrüße, Zeros. Ich habe übrigens auch voll falsch gespielt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den Creeper ausgewählt habe. Na komm schon. Ich habe jetzt das Skelett gespielt und wollte die ganze Zeit einen Bogen spannen. Mache ich auch immer mit dem... Ich habe auch immer Probleme mit dem Skelett und Snowman unterscheiden. Komm, sterb mal. Liebegrüße, der ist im Grunde. Creeper, komm. Sterb. Alter, der hackt. Der hackt schon wieder. Der Skiyo kann nur hacken. Der kann nichts. Flamet ihn. Der abonniert ihn und alles. Genau. Nein. Oh mein Gott. Boom. Fuck. Boom. Shaka-laka. Ich hasse es, wenn man nach dem Sterben noch einmal die Explosion einsetzt. Als wenn man gerespawned ist. Creeper, bitte. Hallo, du da. Sterb. Oder du. Alter. Ich will Schaden machen, die bitte. Die hacken alle. Ja, total. Man sieht es auch. Das steht auch über den Namen Hacker. Ja, natürlich. Bei ihm steht Ultra bei ihm steht Hacker. Ja, genau. Überraschung. Danke. Sterb doch bitte mal. Du da. Ja, genau du. Was, ich? Ich? Nein. Nein, 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 nein. Nee, da. MDR fix, nee, da. Ah, gut. Sterben ist nicht gesund. Das mag ich nicht so. Aber der... Ja, das ist immer so tödlich. Der Zeros, der steht drauf. Ich mag gesunde Sachen nicht. Ach, komm. Ich bin so ein schonen gerader Noob hier. What the fuck? Meine Maus. Ja, ja, schieb's auf deine Maus. Ja. So kann man's auch nicht. Nein. Ich hasse dich. So, warte mal kurz, ich muss hier Kuchen essen. Oh, ich hab den Kuchen in die Luft gesprengt. Na ja. Boom. Du kannst mich verarschen. Hobbymäßiges Kuchen killt. Ähm, nee. Aber gut. Wo seid ihr? Da. Hallo. Hey. Da bin ich. Sterb doch mal. Oh ja, oh, oh. Und, und, und. Iiiiihihi. Du willst dich verarschen, Mann. Äh, eigentlich nicht. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wieso fragst du mich immer? Ich verarsche dich nie. Ich würde dich nie im Leben verarschen. Ich kill dich nur. Ich gerade hier hinten stehe und einfach die ganze Zeit auf hier und den Rauch snipere. Sniperer. Ja, nee. Dann müssen wir eigentlich mal killen. Ja, den. Mit dem Bogen. Den scheiß Storch. Ach komm. Fuck. Ich hasse das. Ich hasse Schneebälle und Pfeile. Die blockieren immer den Sprung. Da, da kommt es nochmal, Rettenschaft. Gerade noch. Ach nee, nee. Sterb mal bitte. Danke. Ich bin so traurig. Wohin soll ich kommen? Ach so. Ich bin richtig so. Das habe ich. Ich hatte mal zwei Kiel. Das war übrigens vorher gerade eine Aufforderung zu Geschlechtsverkehr. Weil du gesagt hast, du komm schon. Also ich weiß ja nicht. War nicht der Plan. Ich fühle mich gerade ein bisschen angeturnt. Aber ich könnte förmlich explodieren. Ach gut. Da hast du schon abgehauen. Fuck, nein! Und wer gehst du? GG. Ja. Das war es wert. Wirklich. GG. Ich wusste es. Ich wusste es. Na gut. Übrigens, ich glaube, das haben wir nicht gesagt. Der Skio ist dabei. Ich bin dabei. Also Zeros und Pfeile. Ich bin auch dabei. Genau. Das Skio kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Also zumindest auf meinem Kanal nicht. Das ist ein Kumpel von Zeros. Den Zeros kennt ihr vielleicht schon eher. Müsst ihr nicht. Ist nicht so wichtig. Der ist sowieso scheiße. Aber falls ihr nicht kennt, jetzt kennt ihr ihn. Ja. Ja, genau. Vielleicht sind sie auch in der Beschreibung verlinkt, wenn sie Glück haben. Aber, naja. Ich kann nichts versprechen. Doch, doch. Viel Glück. Ich muss was auswählen. Komm, ich nehme mal den scheiß Enderman. Einfach, damit ich eine Ausrede habe zu verlieren. Okay. Oh, nee. Da hätte ich besser... Ach, komm. Hätte ich jetzt irgendwie lieber einen Enderman gehabt. Aber egal. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, David, das ist genau der Grund, weshalb ich verlieren werde. Weil ich nicht den Enderman gespielt habe auf dieser Mal. Ja, eben. Genau. Das ist genau der Grund, warum ich den Enderman nehme. Weil ich mit dem Enderman verliere. Dann habe ich eine Ausrede. So kann ich auch. Jetzt kann ich. Wie hat es schon jemanden getötet? Ich sage ja, das ist voll der Hacker. Alter, kannst du mal ausgauen damit. Das zweite Mal. Guck mal her, friss Gras. Ich schenke dir das. Friss Bögen. Bögen? Ja, dir kannst du mir rüberschmeißen, wenn du willst. Kann man eigentlich droppen? Ich glaube nicht. Nein. Wir haben mich ein bisschen dumm. Aha. Der Creeper nervt mich gerade ein bisschen. Ich hasse dich. Rope Arrow. Komm einfach zwei Minuten später. Das ist ganz okay für mich. Man kann nicht droppen. Bist du ein Skelett? Ja. Ich bin dein Skelett. Bist du mal kein OP Creeper? Nein. Mal schauen, ob ich draußen gewinnen werde. Die Viech sind alle OP, solange ich sie nicht spiele. Damit ihr Bescheid wisst. Darum sage ich immer OP Creeper. Weil du sie nicht spielst. Genau. Achso. Ach komm. Wenn ich die Mobs spiele, dann sind es immer die Scheiß-Mobs. Achso. Ach komm, ich sterbe einfach. Okay. Ich bin gerade ein bisschen angeschlagen und tot. Nebenbei. Ah, Mann. Okay, okay. Ach komm. Der Creeper. Ich wollte nur gerade etwas machen, dass der Zero's hat. Und zwar? Campen. Campen. Ah, genau. Ah, komm. Ich hasse den Blink-Move. Ich kann den überhaupt nicht. Zeig mit Deutsch. Oh, ich leckte gerade. Ja, super. Ich kann das... Oh, das bei euch. Ja. Bei mir leckt es nicht. Bei mir? Komm, ja. Ich sei gerade so dämlich. Mepp-Undstand. Äh, Skype leckt bei mir gerade. Bei mir leckt alles. Ich bin jetzt einfach auf den Tau aufgeflogen, weil es du bei mir geleckt hast. Versteht ihr mich in Skype? Ja. Ja. So ein bisschen, aber war nicht wirklich gute Qualität oder sowas. Bei mir ist alles okay. Bei mir ist alles okay, aber ich... Wollen wir mal kurz Skype reconnecten? Wir können ja alle mal stehenbleiben. Okay. Mach mal. Äh... Oh, entschuldige. Hallo, ich sag dir stehenbleiben. Danke. Also, äh... Was ist das? Ich höre euch nicht mehr. Serious, kannst du nochmal alle anrufen? Okay. Aber wartet einfach mal. Okay. Äh... Äh... Your fire dropped arrow. What the fuck? Okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Und, ja. Bis gleich. Oh, entschuldige. Ich hab durch einfach gemacht. Ja, okay. Kein Problem. So. Auf jeden Fall, ähm... Es leckt schon wieder. Oh Gott. Ja, vor allem das Spiel leckt bei mir. Schon? Also nicht das Spiel selber. Also ich meine das selber. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht. Also bei mir leckt das Spiel nicht, aber Skype leckt unglaublich. Ja, mir auch. Okay, jetzt geht's wieder. Na ja, sollen wir weitermachen? Also, macht ihr schon weiter? Also, ich mach schon weiter. Okay, ja, ja, gut. Dann sind wir halt wieder zurück hier. Ganz normal. Kaum schon. Sollte eigentlich besser. Ich glaube, dass Your Zeroes hat ein bisschen Internetprobleme, weil er ist der einzige, den ich nicht so gut höre. Okay. Ist mir auch so. Und 2i bleibt sie auch. Aber dafür höre ich eigentlich perfekt. Ah, jetzt. Jetzt ist es perfekt. Okay. Alles. Ja, gut. Jetzt bist du auch tot. Das ist gut. Gut. Super. Wohin soll ich kommen? Schon wieder? Nee, nicht schon wieder. Okay. Es ist ein bisschen scheiß, dass die Aufnahme passiert ist. Aber, was wollen wir, was sollen wir machen? Das ist. Ja, ist halt so. Ein bisschen unbeleidig. Alter. Alter. Wo seid ihr? Was ist denn? Ich bin in Ruhe. Was ist denn? Was ist denn? Wer war das? Wer war das? Wer muss sich bestraben? Wo seid ihr gerade? Achso, hier. Hallo. Das war das. Hallöchen. Ja, prükelt euch mal bitte. Ich sterbe dann ab. Aua. Nee, nee, nee. Das, 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 das. Das ist. Und mir leckt gerade wieder. Yeah. Hammer. Hey. Fui. Hey, du da. Hier, Mann. Ich habe gerade Probleme mit der Augen. Ja, Flanks. Ist ein Internet. Komm schon. So, jetzt bin ich wieder. Du da. Stirb. Ich verstehe nicht, warum ich irgendwelche Probleme habe. Ich bin tot. Wir gehen Internet und so. Wahrscheinlich. Wo Internet am Werk ist, ist da auch Probleme am Werk. Ach, tot. Zeros vorne, Zeros. Oh Gott, ich bin tot. Hat es gerade getötet. Nächstes Mal telefonieren wir mit Schnurtelefon. Dann geht es besser. Finde ich auch besser. Aber ich glaube, sollen wir noch eine Runde machen? Wie heißt die Minuten? Jetzt klingst du wieder normal. Jetzt hast du keine Internet-Probleme. Ja. Das ist seltsam. Okay, wenn ihr wollt, können wir gerne nochmals eine Runde machen. Na komm, dann machen wir noch mal eine Runde. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier mal eine kleine Unterbrechung. Aus dem Grund, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es meine Dummheit gewesen. Ich habe die Aufnahme nicht weitergemacht. Beziehungsweise, ich habe sie einfach nicht weitergemacht. Ohne die Programmfehler. Auf jeden Fall, die letzte Runde wurde leider nicht aufgenommen. Ähm, deshalb habe ich mir überlegt, ich habe es einfach mal so gemacht, dass ich PC-Freaks-Aufnahme runtergeladen habe und ein bisschen so geschnipselt, damit es so einigermaßen passt, wie es eigentlich wäre. Jetzt seht ihr einfach das Ganze von PC-Freaks Sicht und, ja, und, ja, ihr hört mich nie so gut wie sonst. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, es ist eine hammergeile Runde jetzt gewesen, die letzte noch. Und ansonsten wünsche ich euch einfach mal noch viel Spaß bei der letzten Runde und, ja, man sieht sich noch. Tschüss. So. Du schneidest es raus, Mann, bist du fleißig. Nein, ich schneide es nicht raus. Mach ich. Aber ich, ich pausiere einfach die Aufnahme. Ach so. Okay. Das kann ich nicht. Es gibt, glaube ich, bei mir kein Pause-Button. Ich mache es nicht. Bei dir geht es, Dio. Ja, ich weiß, aber ich mache es nicht. Ach so, ja, du bist zu faul. Genau. So. Perfekt. Ich bin wieder der Master hier. Der Master. Das ist dieser, der Creeper, dieser OP-Creeper. Ich bin diesmal der total schlechte Snowman, der ist auch total schlecht. Der ist allgemein am schlechtesten. Ich bin der, der sogar mit vier Leben noch zu und das steht. Ja, ist alles schon klar. Das Spiel berechnet schon. Na, das, das war's mit dir. Bedankt dich schön. Oh, den Endermann habe ich einfach gekriegt. Auch egal. Das war ich. Ach. Danke. Ach, da ist ein Skelett. Komm schon. Das hat ein schlechter Nahkampf. Okay. Ich kriege auf das Gerät. Schwamm. Der ist auch sehr ambitioniert dabei. Wieso kann ich nicht mehr schlagen? Ich kann nicht mehr schlagen. Aber. Ach, komm. Lieber Creeper, du hast keine Chance gegen einen Snowman. Weisst du das? Ich spiele gerade so mit drei nach eins. Und wir versuchen es trotzdem. Ja, gut. Schwamm. Ich hatte wenigstens. Ach, Mist. Scheiße. Ich hasse es, wenn die Endermann so rumteleportieren, wenn man sie trifft. Ja. Das hasse ich auch. Pesifreak, halt mal deine Fresse, bitte. Ich sag gar nichts. Doch, 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 doch. Ich meine, deine ver***ten Schneebälle kannst du mal deine... Ach, komm. Dieses Eisimmer. Ja, hast du aber eine hübsche Sprache. Ich weiss. War das schon wieder eine Aufforderung zum gewissen Etwas? Ja. Hör bitte mal damit auf. Ja, er sagt, ich soll mir was in meinen... ...Dingens stecken. Ich weiss nicht. Oh nein, das hab ich nicht gesagt. Ja doch. Meine Schneebälle. Ich hab's nur gesagt, du sollst behalten, deine Schneebälle. In deinen... ...Händen. Fertig. Äh. Eine Schneebälle? Kannst du mal in deine... Ach, komm. Anrufen... ...Behalten. Aha. Nicht, nicht, nicht. Aha. Also, wenn du willst, kannst du sie gerne in deinen Arsch stecken, aber ja. Ah, hab ich nicht so gemeint. Okay, gut. Lassen wir das. Ja, ich weiss. Das ist wieder so ein Thema. Kannst du mal einfach, mich zu penetrieren hier? Ja. Wo ist dieser... Nein. Das will ich nicht. Ich hab's niemanden. Ich hab's nicht mehr gerade penetrieren, ist auch schon wieder so ein Wort, das ich eigentlich hätte nicht benutzen sollen. Sag mal, der klebt an meinem Arsch wie sonst was. Ich verfolge dich so schön. Hab ich schon ein schönes Smile? So, darfst du hauen. Ich schaffe es, ich schaffe es. So, tötet ihn. Hey. Ich hör dich töten. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du darfst mich nicht sehen. Du hast ein Hacker. Hacker, Hacker. Hacker, er sieht mich. So, heißt du gut. Wallhack. Wallhack. Wo ist der... Äh, das ist vielleicht... Schneemann. 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 Hallo, Pagiole. Du steckst schon wieder im Boden, Mann. Na komm schon. Immer diese Campion. So, ich hab dich getötet oder was? Ja? Juhu. Ich bin halt nicht so abgehoben wie du. Ich steck lieber im Boden rum. Ein guter Freund. Stirb doch bitte. Hey. Jetzt steckst du mir wieder im Arsch. Du dahinten. Ja, ist klar. Du hast mich gerade getötet. Okay. Ja, klar. I need my revenge. Ja, und das Skelett hilft dir dann noch? Ja, ist klar. Du steckst bei mir auch teilweise im Boden drin. Nicht, dass du meinst, du wärst was Besseres. Ja, das war wohl nichts. Ja, gut. Okay. Ja, eine Explosion beim Schneemann ist generell gefährlich, weil das dem Schneemann nicht besonders viel ausmacht. Ja, ich weiß. Ach komm. Aber ich mach's trotzdem gern. Wo bist denn du eigentlich? Ja, ich bin hier. Mach's noch. Ja, gut. Wo ist jetzt dieses Skelett? Du musst nur fragen, dann sag ich dir, wo ich bin. Scheiße. Oh, da war der Skio. Hallo. Da ist der Skelett. Ich mag gerade das Gerät da hinten nicht so. Ah, okay, ja. Ich mag gerade das Schneemannchen da hinten. Ich mag euch alle nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mit euch hier aufnehme. Ach so. Kann ich verstehen. Also, ich geh da mal, ne? Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Hab ein schönes Leben. Weiß ich nicht was. Als Schneemann. Was? Viel Spaß im Sommer. Schöne Ostern. Schöne Weihnachten. Ja, die werde ich haben. Da bin ich in den Ferien. Boah. Ach so. Cool. In diesem hässlichen Deutschland. Ich komm schon. Hallo. Ja, wenigstens habe ich ihn getötet. Das ist mein persönlicher Erfolg. Du hast noch zwei Leben. Ich stirb. So. Ich weiß es nicht. Du hast auch noch zwei Leben. Ja, ich darf das aber. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ja ein Erlaubnis dazu. Natürlich. Hallo. Die Cent zum zwei Leben haben. Lizenz zum Leben. Ah, Mann. Und die Lizenz zum Töten habe ich ebenfalls. Ah, da schießt das scheiß Skelett schon wieder. Ich hasse das. Den Film würde ich aber gerne schauen. Welchen Film? Die Lizenz zum Leben. Ja, der soll auch super sein. Ich spiele auch eine Halbrolle als Schneemann. Ach so. Wenn ein Schneemann leben darf, dann hat er die Lizenz zum Leben. Natürlich. Das ist ein sehr ergreifender Film. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Nur schon, weil du in der Hauptrolle bist. Ja, natürlich. Das ist schon ein guter Grund. Da muss man von Beginn gleich weinen. Ach so. Komm schon. Nie. Okay. Ich kann nichts dafür. Ich sag mir, die ganze Zeit, ich soll kommen. Leute. Tut was dagegen. Ich werde nichts dagegen tun. Nicht das wasser und schmierst. Ach, du bist der Einzige. Ach so. Ja, sag das doch. Ja, dann metzl dich halt schon wieder. Komm. Du schmierst schon den ganzen Boden voll hier. Ja, sorry. Ah. Ich komm die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr aufhören. Nee. Nee. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Aufnahme beenden. Komm. Lass dich einfach töten. Komm. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Hallo. Wo bist du jetzt? Hä? Hallo, bin ich dumm? Ja, dann bist du. Ach. Boah, Alter. Ich hoffe es. Ich glaube es. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Die Welt glaubt an mich. Ich glaube auch an dich. Ach so. Ich weiß nicht, wie episch das alles so aussieht. Sag mal. Ach, jetzt steckt ein Baum. Ich steck im Baum. Hallo. Komm, schlag mich. Danke. Ach, komm. Ach, ja, asser. Haben wir die Noobs endlich besiegt. Ach, und ihr seid übrigens alles Hacker. Ich kann es nicht mal schreiben. Fuck. Ach so. So. Gut. Schmecke. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann seid ihr irgendwie geistig behindert. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich mal von euch. Die anderen wahrscheinlich auch. Ja. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.